geht ab und willkommen zurück zu einem neuen part von let's play minecraft fitte beast ultimate mit den geilen geilen boys in dem man of the world und dem rekonstell play in willkommen in unserem hotel sie dürfen jetzt einchecken was das wird sei ein geiler guy und sagt uns was wir heute machen los geht's so wie man nichts das ist unser leben du hast es gefasst danke das war's für diese folge ich hoffe es hat also bei mir sieht so aus dass ich jetzt gleich vielleicht von der bahn erwischt werden weil ich nicht weiß auf welcher strecke die bahn läuft und auf der 100 oder auf der oberen dabei läuft auf der 117 muss man nachgucken wo die ist immer auf der läuft sie hier also muss hier drüben laufen genau da habe ich das schon mal geklärt und sonst brauche ich jetzt einen fischer weiter und überlegt mir wie ich den 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 bären am besten von autobahn werfen wenn ich dann ihnen zur gamescom mitnehmen was machst du das ist immer eine gute idee finde ich gut also das muss ja auch wohl überlegt und sehr gut durch geplant werden es soll ja keine nennt man das parzer geben ist ja schon sehr wichtig genau da hast du einmal mehr wieder recht ja also ich werde jetzt erstmal den fischer wie gesagt dran bauen und ist doch schon eine iron dran ja da ist eine iron dran die sorgt nur dafür dass wenn das ding mal voll ist weil ich ja nicht wusste wie schnell das ding rauspumpt dass die fische halt dann da gestort werden ein bisschen in der pipe bevor die halt alle raus ploppen ach so ich kann ja wir wollten ja extra also muss ich hier vorne rein okay naja du musst vor dem furnace reingehen zu dämlich vor dem furnace reingehen für explosion nice awesome gut da arbeitet und jetzt probier mal meine koppelstunden dran zu machen ich weiß nicht ob das klappt also jetzt wirkt da wirkt da wirkt 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 das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus and he's work 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 ich glaube das lied finde ich nicht ich weiß nicht was heißt puh jetzt habe ich die falsche iron pipe genommen wie kann man denn die falsche iron pipe nehmen wir haben äh water äh wasser ach jetzt weiß ich auch wie man die falsche iron pipe nehmen kann also raus auspumpen tut es auch ohne dings ohne holz ok also im moment ist es ja damals einfach nur reingebastelt sicherheitshalber muss man kurz gucken aber mir kam etwas entgegengesprungen aber jetzt pumpen ja da ist erschienen ok ähm warte warte da geht es jetzt erstmal in die mann mal ganz kurz du hast gerade gesagt es ist erschienen das ist das erste mal dass du gesagt hast es ist erschienen statt es ist gekommen oh mein gott das ist das erste mal dass du das gesagt hast für jeden gibt es mal das erste mal ich bin gerade richtig keep impressed alter das hätte ich nie gedacht ich bin voll lauter aufregung weiß ich gar nicht was ich jetzt machen soll äh die einen runterholen ok es war glaube ich ein scheiße geht so leute oh geil ja so lecker oh mein gott jetzt habe ich angst dass er sich auch bei mir ihn runterholt ähm ja genau ne danke mhm kennst du die stechen wenn das so ein bisschen an der seite weh tut au das habe ich gerade das ist oh mein gott ist die waren schnell warum ist die so schnell auf immer die kommen so schnell vor äh ja ja ups da bin ich gerade gegen deinen popshots gekommen hoppala ich hab ne geile idee kann man nicht mehr zusammen na gut die waren muss ich kann ich wieder in betrieb setzen glaube ich bis ich nie äh du ja ja wusstest du wenn man vier smooth sandstone in crafting menü packt dass dann vier smooth sandstone rauskommen ne das ist was warum was warum da gibt es manchmal so welche bescheidenen rezepte ey warum hä hä was ich meine das verstehe ich ja noch so halbwegs aber hä was was also nicht wars wie der typ aus ähm farcry 3 oh nice das geht wirklich ich das ist cool dann als strips dann als strips strüel wie strüel wie strüel dann ah miss die sehen nur senkrecht cool aus das ist aber schade ja die sind jetzt hier unten so eine creeper minder erkennt man aber nicht richtig dann kann ich auch den smoothen nehmen und ein smoothie draus machen hm smoothie lass mal auf jeden fall einen trinken gehen also ein smoothie natürlich wenn wir äh in köln sind ja kennt ja leider auch nichts anderes ich bin ja der fahrer und du darfst mir ja nicht mehr trinken ja vor allen dingen ich trinke ja auch so viel scheißegal aber du darfst mir den sport trinken das ist einfach gegen das gesetz gegen das mensee gesetz du darfst dagegen gegen das gesetz das ist das mensee gesetz du darfst nicht von mensee trinken das ist äh verboten wenn er fahrer ist genau du darfst mit der fahrt nichts trinken solange wir fahren was darf ich dich nicht mal betrinken also so äh strohhalm nehmen in die flasche rein halten und dir dann so wie so ein ähm kennst du hier bei bei chirurgen die ja immer assistenz haben die überreichen das ja immer tupfen dann so die schweiß ab und ich halt dir halt so ein trink mit strohhalm hin während du fährst ja gut dann da können wir vielleicht drüber reden das verhandlungsbasis finde ich gut immerweise habe ich jetzt nicht mitgezählt wie viel brauche ich noch scheiße vier nein das ist verhandlungsbasis alles klar das muss ich mir merken warte schreibe ich mir gleich mal auf ja schade das klick klick von einem kugelschreiber ist leider zu leise dass das teamspeak überträgt ne man hat's gehört echt also ich hab's gehört ja ok krass cool sooo wenn sie trinken in halten ich kann nicht schreiben wenn die oh gott sieht das beschissen aus ich kann's sogar lesen oh gott sieht das scheiße aus ja und das was ich hier baue ist auch scheiße ich mach da auf jeden fall kein foto von das oh gott nein das kann ich ja keinem antun das kann ja keinem lesen vor allen dingen oh gott ich jetzt bin ich mal gespannt ich bilde mir einen meine bahn die ich hier rumlaufen habe die hat auch äh wagen wo man sich rein setzen kann deswegen warten wir mal kurz auf den wagen äh checkhammer was macht denn der checkhammer äh der ist zum stein abbauen da wir hatten irgendwie oh gott das hab ich mir mal durchgelesen der hat irgendeine besondere funktion wenn du steine abbaust den gibt es auch noch als diamond jack hammer dann hat er irgendwie die funktion ist dann stärker ich weiß ja nicht mehr was das für eine funktion war wer ist denn der ach der ist ganz billig der ist ja für unsere verhältnisse mittlerweile ist er saubillig ja trotzdem das iron ist ja billig äh batterie die ist ja auch nur mit zinn und irons äh zöcke ist ja ja das ist richtig wie gesagt für unsere verhältnisse ist es billig aber als wir halt äh recht nah am anfang von dem projekt waren habe ich mir das nämlich mal durchgelesen dachte ich mir so ach du scheiße kriegen wir denn den ganzen stoff her ja wir haben ja mittlerweile hier query und hast du nicht gesehen na bitte zug sei oh ja ich kann mit zug fahren ja ich renne einfach wir fahren zug was heißt hier wir äh ich und meine zuschauer sonyx mein Name speed's my game und meine Eltern machen sich also meine Mutter die macht sich übelste Sorgen wegen Köln Jaa aber richtig schlimm nur weil ich fahre Das wollte ich nochmal Verdammt Donald, kannst du mir sagen, was ich wollte? Ah, genau das. Ah, ja, stimmt. Jetzt fällt es mir auf wieder ein. Danke, Donald. Gut. Er hat gesagt, kein Problem für die, die es nicht verstanden haben. So wie alle. Haben wir das denn noch? Gibt es eigentlich sowas in Hella? So die Stonebricks in Hell? Da kann ich mich nicht in der Kopf was. Die Weißen? Nee, nicht direkt Weiß. Die Leuchten, aber die Leuchten. Ja, die Leuchten, ja, die wollte ich jetzt nicht. Was? Ich bin nicht gestorben? Abel wäre ein bisschen heller, das wäre nicht gestorben. Ich bin nicht gestorben, obwohl ich vor dem Zug gespawnt bin. Nice. Alter, bist du ein Lacke. Ähm, warte mal, wie hießen die Snowbricks? Die Paved Stonebricks waren es. Paved? Ja, die Paved Stonebricks. Die haben aber ein bisschen kleineres. Äh, ein bisschen kleinere Steine. Aber das ist eigentlich okay. Das waren die, die wir unten im Keller hatten, wo wir dieses Schattenspiel gemacht haben. Ja, Paved. Cool. Die leuchten einfach von alleine. Das ist so geil. Ja, das ist sexy. Leider machen die halt kein Lichtlevel, das ist so schade. Wir sind jetzt übrigens bei einer Minute 30 und zwar jetzt. Minute 30, okay. Äh, 10 Minuten 30, Entschuldigung. Ja, wir sind jetzt bei einer Minute 30. So, der Hammer ist wieder drin. Ich kann keine Nullen lesen. Warte, ich habe gerade 30 gesagt. Egal, ich kann keine Nullen lesen. So, es ist aber auch rohen Fisch einfügen. Ja, ich suche es mir extra raus. Ich müsste es dann auch noch umwärmen. Welcher Brommelwirbel, glaube ich. Stimmt, das wollte ich mir auch nochmal um meinen Soundboard draufschmeißen. Bisher, dann hätte ich es mir jetzt nicht mehr raussuchen müssen. Batterie haben wir es als Zett. Ach, stimmt, in der Wüste fällt es ja auch nicht so auf, wenn die von alleine leuchten. Das ist gut. So, dann... Äh, das ist ein Ende. Auf der Ebene. Was ist denn? Äh, und E-Roll. Ja. Hier oben kommt jetzt Wasser rauf. So. Aber auf alle vier. Ach, nur einen, okay. Ich muss sagen, jetzt macht sich der Empress Chalice, den du mir mal gemacht hast, echt bezahlt. Empress Challenge. Alice, äh, das ist der Kelch, der unendlich Wasser hat. Ach, das Ding. Der macht sich gerade echt bezahlt. Ich habe einen Brunnen gebaut. Nice. Ja, würde ich eigentlich auch mal wieder anfangen mit, mit, mit wunderschönen... Können wir auch noch hier zwischen eine Ebene machen. Wie sieht das denn aus? Haben wir irgendwie noch eine Höhle? So. Obwohl, hier ist bestimmt... Ne, hier ist noch kein Stein. Also Musik ist bei mir jetzt da zu Ende. Ich fange aber nochmal... Kriegst du neu an? Das ist auch cool. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Ja. Wobei, eigentlich müsste ich ja dann eine Symmetrie halber, müsste ich... Ich weiß nicht. Irgendwie, der Arrange der Kammer macht irgendwie keinen Unterschied. Ja, du musst dir das mal durchlesen. Der hat... Ah, ich bin schlau. Ich bin so schlau. Also sagen wir es mal so, jedenfalls bei Cobblestone. Weil normales Stein habe ich gerade nicht gefunden. Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was der kann. Vielleicht musst du auch irgendwie einen Mode ändern oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe gelesen, dass irgendwie ist der besonders für Stein irgendwas. Ja, warte. Ich bin hier gerade bei Stein eingelangt. Hm. Nö. Deine Erinnerung ist aber auch schlecht. Ich meine, wir haben jetzt... Wie vierte Folge Minecraft ist das? Warte, ich mache mal kurz meine Excel-Tabelle auf. No, man kann kein Call. Die 217. bei mir auf dem Kanal. Man kann jetzt keine Kohle kommen und damit abbauen. Also man kann nur Stein. Also der hat also was mit Stein zu tun. Auch das sieht cool aus. Aber ich bin zufrieden. Dafür braucht es aber nicht viel Strom. Also keine Ahnung, was der hat. No plan. Sieht ganz cool aus. So, und das ist ja sowieso meine Rooftop-Höhe. Der ist jetzt genau auf der Höhe. Ja, da müsste ich eigentlich noch eine Höhe höher gehen. Ach, das ist eigentlich auch kein Problem mit manchen Half-Slap-Höhe. Ich habe alles aus Half-Slaps. Hey, komm aber... Ich gehe genau drüber. Eine Sache ist ja, wir haben es. Und das ist ein Muss. Ja, stimmt. Wir wollten ja sowieso alles mal irgendwie haben. Oder gehabt haben. Also Sachen, die wir gehabt haben und jetzt nicht mehr haben, zählen trotzdem. Okay, du weißt alles, was wir haben. Ist ja cool. Ja. Muss ich gar nicht mehr. Labis-Bricks. Ne, Labis-Bricks. Ja, es gibt Labis-Bricks. Sind dunkelblau, also wie die Paved-Stone-Bricks. Ach, hier die. Die Paved-Stone-Bricks. Ja, doch. Nur in dunkelblau finde ich eigentlich ganz cool. Doch, da haben wir mal überlegt gehabt, was man alles so für Scheine machen konnten. Für den Keller. Ja, ja, genau, weil wir da noch nach Mustern gesucht haben. Ja, aber ganz schön teuer mit vier Blöcken. Das sind 36. Ah, komm, jetzt schon mal. 36, ja doch, 36. Apis, das ist gar nicht mal so wenig. Ähm. 64. Wollen wir nochmal ein paar 64. Glaub, die leuchten auch wieder von alleine. Die kommen alle von demselben Mod. Von derselben Mod. Soll ich mal ein paar bauen? Haben wir die vielleicht noch? Nee. Ich wohn mal, also einmal. Jo, ich komme. Bin schon da. Nicht hier unten, nein. Ach Gott, hier in der Stadt leckt das immer so widerlich. Vor allem auch ohne Aufnahme. Ähm, ja gut. Ich traue mich jetzt gerade nicht, äh, dunkel zu machen. Wollen wir mal, wollen wir mal. Wir müssen irgendwo hingehen, wo kein Licht ist. Jetzt kloppt gerade ein Zombie in die Tür. Nein. Äh, leuchten nicht von selbst. Also die machen kein Licht, ja, aber ob die Textur leuchtet. Nee. Kannst mal gucken, kannst mal hier reingucken. Also, warte. Kannst du zumachen? Aua, Aua, nicht schlagen. Äh, äh. Hast du Blöcke, ja oder nein? Ja. Weil ich hätte. Ne. Aber du kannst nicht platzieren, ne? Ne. Weiß ich auch nicht. Doch jetzt. Ja, nicht so laut. Wissen leuchten doch von alleine? Ein bisschen. Ja, na. Ja, doch, ja. Warte mal, treffe ich dich damit? Ne. So, pass auf. Ähm, auf drei hüpfen wir, ja? Ich platziere deinen Block. Okay. Eins, zwei, drei. Fuck. Okay, einfach hüpfen die ganze Zeit. Warte, hüpf. Mist. Hüpf mal. Ja, ich hüpfe. Mist. Mist. Ich kann gerade nichts platzieren. Ja, wir sind voll Profi. Jetzt hüpfe aber gleich. Naja, jetzt nicht mehr so. Ich halte Leertaste gedrückt. Ja, wir hüpfen eigentlich gleichzeitig. Warum kann ich nichts platzieren? Was willst du denn platzieren? Nein, ein Pavedstone-Block, um dir zu zeigen, dass es dasselbe ist. Okay, pass auf, wir machen das anders. Oh. So. Au. Ne, manchmal kannst du... Platzier mal, ich hab dir einen zugeworfen, ich flieg gerade. Hä? Ich bin jetzt extra hier in die Ecke. Ja, ich bin extra geflogen. So. Okay. Sieht genau gleich aus, oder? Ja. Ja. Nur das halb Dunkelblau ist. Gut. Aber, ähm, gib mir mal die Labis-Blöcke, die du hast. Danke. Bitte. Nutze ich fürs Bauen. Gut. Ähm, hast du was zum Fliegen, damit du hier rauskommst? Ne, ich hab aber acht Blöcke. Das reicht. Hast du genug Blöcke dabei, ja? Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo haben denn jetzt die Scheiß-Zombies die Tür eingetreten? Die schlagen immer noch. Ja, da, irgendwo da vorne. Warte, ich sehe, ist die offen. Hier hinten, ja, hinten, hinten bei uns den Eingang, oder? Hinten Eingang? Doch. Können wir mich gerade schon darum. Alter, ein Glück habe ich es nicht aktiviert, ey. Und ein Glück habe ich dich auch nicht getroffen, ich glaube, best one hit. Naja, ich hab aber auch ne Schufe... Warum hab ich keine Level? Achso, das einmal bin ich ja gestorben. Gut, äh, ich würde aber mal sagen, ähm, weil ich ja noch... Das war's jetzt für den Partner. Ja, weil ich Millionen von Folgen noch aufnehmen muss. Äh, bin ich jetzt mal dafür, dass wir jetzt aufhören, egal ob er auch dafür ist oder nicht. Ich bin dafür. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann nehmen wir weiter auf. Bin voll deiner Meinung. Gut, dann nehmen wir weiter auf. Gut. Ne, Spaß bei der Seite. Äh, wenn euch der ganze Part gefallen, gebt natürlich einen Daumen nach oben, wenn nicht einen Daumen nach unten. Und diesmal bitte, tut nicht, äh, YouTube rumbacken und sagt, ich hab 75 Milliarden von Aufrufen. Aber das Lustige ist, die 75 Aufrufe auf den letzten Part wurden mir sogar angezeigt. Ja, wurden allen angezeigt. Äh, das ist so dämlich. Und, äh, jetzt hab ich nur noch vier und jetzt hab ich auch nur noch... Ja, ich versteh's nicht. Ich hab trotzdem noch zehn, äh, du, Daumen nach oben. Also, das ist irgendwie ein bisschen crazy. Also, alle Videos wurden zurückgeschrubbt, außer die, das, äh, 100er-Video, sonst wurde jedes Video zurückgeschrubbt. Also, kein Plan. Das ist echt crazy. Gut, ist jetzt scheißegal, ist jetzt nicht mal unsere Sache. Aber ich würd mal sagen, äh, Daumen nach oben, Daumen nach oben, wie ihr gerade sagt. Abonnieren, nicht vergessen, Kommentare schreien, äh, schreien, schreien, ihr sollt schreien! Ja, im Schreien, was euch gefällt, dann, muss man sagen, bis zum nächsten Mal, sagt euer Menzi in der Ecke. Und der Kunsteplay in der, warte, in der anderen Ecke. Okay, dann tschau, tschau. Tschau, tschau.